Ich beginne gleich, den zweiten Referenten dieser dritten AZK einzuführen. Jetzt geht es um ein Thema, das haben wir zum ersten Mal hier. Es entspannt sich. 2014 kam eine öffentliche Statistik in unsere Hand, die besagte, dass allein in Deutschland in einem einzigen Jahr über 48.000 Kinder in Obhutnahme genommen wurden von Jugendamt. Schock, was läuft hier? Und dann geht es weiter. 2015 sagt wieder eine Statistik, und da reden wir jetzt nicht von nebensächlichen Statistiken. Um die 78.000 sind allein in Deutschland in Obhutnahme von Kindern. Und dann wollten wir natürlich genaueres wissen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Was läuft hier eigentlich ab? Und dann kannst du Sendungen sehen von verschiedenen Aufklärern, wo du dann betroffene Eltern siehst, betroffene Väter oder Mütter. Und mein Eindruck war für eine AZK, ich möchte nicht die ganzen Emotionen, die dann rüberkommen, ich sage mal mit allen Tränen, mit all dem Schmerz, übers Volk ergießen. Mir war es ein Anliegen, dass jemand einmal zu diesem Thema spricht, der echt kompetent ist, der das ein bisschen von außen unabhängig vielleicht sieht. Und dann ist die Frage jetzt im Raum, wir haben einen Referenten gefunden, der darüber spricht, Fürsorgliche in Obhutnahme oder Kinderklau. Weil das ist letztlich die Frage, worauf das Ganze hinausgeht, wenn so viele Kinder jährlich verschwinden, allein in Deutschland. Die Schweizer Fernsehabe, ich habe jetzt keine Zahlen, vielleicht kommt das durch unseren Referenten. Aber das ist jetzt die Frage, geht es hier um eine Inobhutnahme oder geht es hier um einen großen Akt des Kinderklaus? Heute spricht jetzt zu uns ein Buchautor, ein kompetenter, ich möchte ihn fast Wissenschaftler nennen, er hat eine wissenschaftliche Reihe von Büchern geschrieben, wir werden gleich sehen, welche das sind. Ihm liegt es am Herzen, wenn er zu uns spricht, eine klare Differenz zu machen zwischen dem, was notwendig ist, wir haben ja Probleme hier unten, und dem, was kriminelle Machenschaften sind. Also er ist nicht ein Mann, von dem ich denke, er wird uns jetzt hier verhetzen, er wird eine Balance bringen. Und wir heißen miteinander, herzlich willkommen, Richard Moritz aus Deutschland. Wir werden jetzt gleich in seinem Kurzporträt sehen, um was es für ein Mann hier geht. Richard Moritz Geboren 1952 begann seinen beruflichen Werdegang mit einer Lehre im Elektrohandwerk. Später studierte er auf dem zweiten Bildungsweg Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik. Nach jahrelanger privater Forschungsarbeit gelang es ihm die Allgemeingültigkeit und Bedeutung des Gesetzes der komplexen Koexistenz und besonders ihre Bedeutung für Energiemanifestationen aller Art, mathematisch und physikalisch darzulegen. Diese hat er in der Buchserie »Die Theorie der komplexen Koexistenz« veröffentlicht. Seit 2010 beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema willkürliche Inobhutnahme, sprich illegale Kindesentnahmen. Nach umfangreichen Recherchen und Fallanalysen schrieb er einige Bücher zu dieser Thematik. Das Buch belegt eine gut organisierte Branche mit mafiaähnlichen Strukturen. Statistiken des Bundesamtes für Statistik belegen selber, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass bewusst gesteuert wird. Untersuchte Stichproben von Formularen und Vordrucken Handbuch – Umgang mit dem Jugendamt Ein Handbuch, das wirksame Hilfe für jedermann vermitteln soll. Bei 100 Fällen am Tag ist es notwendig, dass die Betroffenen sich selbst helfen können. Richard Moritz ist Initiator und Mitbegründer des Vereins »Kinder sind Menschen e.V.« und seither der erste Vorsitzende. In Zusammenhang mit seiner Vereinstätigkeit konnte er zahlreiche Fälle untersuchen und analysieren. Auf diese Weise erarbeitete sich Richard Moritz ein umfangreiches Wissen, welches er in Büchern der Aufklärungsreihe niederschrieb. Sein heutiger Vortrag In Obhugnamen – Das Geschäft mit Kindern Sie haben sich ein schwieriges Thema ausgesucht und wir sind gespannt, wie Sie das meistern. Also schwieriges Thema, das ist definitiv richtig. Es ist also so, das Thema in Obhugnamen nimmt auch immer größeren Raum ein und die meisten Leute wissen gar nicht, um was es geht. Sie haben was gehört, aber Sie können nicht viel damit anfangen, weil das Wissen fehlt. Und das Problem ist eben, dass man generell erstmal wissen muss, was spielt sich da ab, bevor man irgendwas tun kann. Unser Ziel, auch das Wollungsamt-Verein ist, den Leuten zu helfen, sie selber zu helfen. Wir wollen keine Hetze machen. Es gibt da sehr viele Vereine und Einzelinitiativen in diesem Bereich, aber ich hatte am Anfang meiner Recherchen festgestellt, es gibt eine Polarisierung. Auf der einen Seite das Jugendamt mit ihren PR-Spezialisten, die sozusagen indirekt vermitteln, die bösen Eltern vernachlässigen ihre Kinder und wir, gutes Jugendamt, wir müssen helfen. Auf der anderen Seite die Betroffenen, die sagen, das böse Jugendamt klaut unsere Kinder und das ist eine Polarisierung. Und das führt zu Unstimmigkeiten und führt auch dazu, dass eben die Gegner sich zusammenraufen. Und ich bin eben der Meinung, man muss auch differenzieren können. Es ist leider so, dass ein gewisser Prozentsatz tatsächlich wirklich benötigt wird. Es ist so, es gibt Kinder, die misshandelt werden und es ist notwendig, dass der Staat eingreift. Das ist einfach eine Tatsache, die man nicht ignorieren kann. Aber wir nehmen erst mal die Zahlen. Hier sehen wir auf jeden Fall die Entwicklung. Die geht allerdings nur bis 2014. Herr Sacek hatte vorhin bis 2015 gegrabt. Ich habe die 2015 weggelassen, weil es da ein Irrtum gibt, weil 2015 waren sehr viele Flüchtlingskinder, die zwingend weggenommen werden müssen. Und dadurch ist die Statistik extrem hoch. Und ich wollte eben, weil das bis dahin war es normal für deutsche Verhältnisse, und deswegen wollte ich keine Missverständnisse bringen, weil es kommt der Wahrheit näher. Die andere Statistik stimmt natürlich auch, das ist ganz klar. Und hier sehen wir aber vor allen Dingen, dass wir hier Unterschiede haben. Normalerweise ist eine Statistik geht rauf und runter, das ist normal, wenn nicht dran gedreht wird, aber in dem Moment, wenn die Statistik so steil nach oben geht, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass da dran gedreht wird. Eine solche Statistik muss gemanagt werden. Sie kommt nicht von selber. Die Zufallsstatistik geht immer rauf und runter. Und es kann nicht sein, dass plötzlich alle Eltern schlecht geworden sind. Das macht keinen Sinn. Die Frage ist natürlich, wer hat da dran gedreht? Und der Frage bin ich auch nachgegangen. Und man kann hier unten, das ist eine unterste Reihe, da stehen auch die Regierungen aufgelistet. Das sind die jeweiligen Spalten, das sind eben die Legislaturperioden. Und da kann man genau sehen, wer politisch da gerade die Verantwortung hat. Und es gibt ja bestimmte markante Punkte. Das fängt an bei 1995. Seit 1995 werden die Statistiken erst systematisch gegrabt vom Statistischen Bundesamt. Von vorher habe ich keine brauchbaren Statistiken, deswegen fängt es da an. Eigentlich beginnt das Problem bereits 1990, 1991. Das ist die sogenannte Wiedervereinigung. Das wird Ihnen wahrscheinlich noch was sagen. Das ist also der Zusammenschluss der Ex-DDR mit der damaligen Bundesrepublik. Und in dem Jahr danach kam es eine Gesetzesänderung. Und zwar ist es der Paragraf 1666. Das ist der zentrale Paragraf, der halt eben hier wichtig ist. Und da geht es halt darum, unter welchen Bedingungen Kinder weggenommen werden dürfen. Und es war bis zu diesem Zeitpunkt so, dass das Jugendamt dem Gericht Beweise vorlegen musste. Oder zumindest eindeutige Indizien, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten. Und seit 1991 ist das nicht mehr der Fall. Und da begann es eigentlich nach oben zu gehen. Aber wie gesagt, das kann ich noch nicht mehr belegen. 1995 gab es eine weitere Gesetzesänderung. Da war dann die Schweigepflicht eingeschränkt worden von allen, die mit der Kindererziehung zu tun haben. Und da ging es dann nach oben. Das war damals unter dem Herrn Kohl. Und danach kam dann die SPD-Regierung. Da ging es erst mal ein Stück, ist gleich geblieben und da ging es sogar runter. Und dann hat man halt den Herrn Schröder in die Wüste geschickt. Warum, weiß ich nicht. Und danach kam eben dann unsere Frau Merkel und die CDU und zusammen mit der SPD. Und 1995 gab es dann einige Gesetzesänderungen, die letztendlich zur Katastrophe führen. Es gab da ein Koalitionspapier, das kam 2006 raus, Anfang 2006. Also 2005 erarbeitet. Und da hat man sich dann geeinigt, dass man eben Frühwarnsysteme einführen möchte. Frühwarnsysteme, da kommen wir nachher noch ein bisschen weiter dazu, die sind einfach Spionagenetze. Das ist ein internes Spionagenetz von den Jugendämtern. Also alles andere zu sagen wäre eine Lüge. Die behaupten natürlich, es ist nicht wahr, das ist natürlich klar. Und diese Netzwerke sind ein Vorschlag von Frau Merkel. Also der haben wir das zu verdanken. Ich muss hier mal einen Klartext reden. Und dann haben wir den nächsten größeren Sprung, das ist dann 2012, da geht es dann gewaltig nach oben. 2012 kam das sogenannte Bundeskinderschutzgesetz. Und da wurden dann eben diese Netzwerke bundesweit vorgeschrieben. Und da gab es dann auch sozusagen, dass praktisch alle Gewerke, alle Bereiche, die mit Kindern, Familie, Erziehung, Medizin usw. zu tun haben, wenn es um Kinder geht, dann praktisch nicht mehr, keine Schweigepflicht mehr haben. Das ist also eine ziemlich starke Einschränkung, vor allen Dingen in auch den Datenschutz. Und das ist auch ein Problem, mit dem wir ständig zu kämpfen haben. Und das ist also grob der Verlauf der Geschichte und es geht leider weiter nach oben. So, dann haben wir ein folgendes Phänomen, dass wir halt eben, natürlich jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, wer verdient denn daran? Wer ist daran interessiert, dass die Statistiken so gewaltig nach oben gehen? Und es ist leider so, es ist tatsächlich ein Geschäft. Ich kann nichts anderes sagen, es ist ein Geschäft. Und zwar ist es so, wir haben diese Branche, die hat eben die Kinder versorgt, die werden also nach der Innobundnahme, werden die dann weitergeleitet an irgendwelche Firmen oder Vereine oder so weiter, die dann die Kinder versorgen und für die sind die Kinder einfach eine Geldquelle. Und das war das Erschreckendste, was ich bei meinen Recherchen festgestellt habe. Die Kinder werden nach der Innobundnahme zur Ware. Sie haben keine Rechte mehr, sie werden einfach nach Bedarf hin- und hergeschoben. Und das finde ich, ist einfach eine Schweinerei. Um es ganz einfach zu sagen. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich mich da engagiere und warum ich auch dann den Verein gegründet habe. Die Vereingründung, die war einfach notwendig, weil ich gesehen habe, ich habe sie mit einer Mafia zu tun. Und das ist mir zu gefährlich, mich alleine dagegen zu stellen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Rückendeckung. Und dazu habe ich eben einen Verein gesucht, habe aber keinen gefunden, wie ich schon gesagt habe, weil eben diese Polarisierung sehr stark ist. Und deswegen haben wir den eigenen Verein gemacht, um eben einfach auch sagen zu können, okay, es ist so, wir können differenzieren. Und nochmal zu dieser Statistik. Es ist halt so, dass im Moment einfach aus deutschen Familien etwa 100 Kinder pro Tag herausgenommen werden. Also Tag für Tag, Sonntag, Feiertag, also wirklich nicht nur am Werktag. Das ist die Wahrheit. Und es ist halt so, dass laut Bundesstatistiken, Sie werden noch feststellen, ich arbeite sehr stark mit Statistiken, weil das kann ich beweisen. Und das, die geben das selber zu, also können Sie mir nichts wollen. Es ist halt so, das steht auch da oben. Also in nur zehn Jahren hat sich die Inobhutnahmen verdreifacht. Und das ist eine Menge Sachen. Aber von diesen 100 sind 16 Prozent tatsächlich berechtigt. Also 16 Prozent der Kinder, da liegt eine tatsächliche Gefährdung vor. Es gibt natürlich auch Fälle, wo eine latente Gefährdung vorliegt, wo man sagen kann, naja, könnte sein. Und die werden dann auch in Obhut genommen. Aber wir sagen ja auch, wir haben den Kinderklau ja auch definiert, damit es klar ist, was damit gemeint ist. Also es sind nicht die legalen Obhutnahmen, die sind, da haben wir nichts dagegen. Die Kinder sollen Hilfe kriegen. Das ist ganz klar. Aber wenn Kinder willkürlich genommen werden oder aus erfundenen Gründen, das ist der Kinderklau. Oder wenn die Kinder aufgrund eines dringenden Verdachts in Sicherheit gebracht wurden, sich aber herausstellt, der Verdacht ist nicht begründet, dann werden die Kinder auch nicht zurückgegeben, sondern werden behalten. Und das ist auch Kinderklau. Wir haben also 16 Prozent echte Fälle. Der Rest ist nicht in Ordnung. Auch nach dem Gesetz nicht. Da gibt es ein paar Tricks, mit denen gearbeitet wird, damit das auch funktioniert. Aber das kommen wir dann später dazu. So, dann haben wir hier, genau, wer verdient dran? Hat jemand eine Idee? Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde es mal ganz kurz machen. Wenn man Politiker oder eben auch Jugendamtmitarbeiter auf das Thema Geld anspricht, dann sagen sie, das wollen wir doch gar nicht, wir wollen nicht so viele Kinder in Fremdunterbringung bringen, weil das kostet den Staat einen Haufen Geld. So, die Branche macht einen Umsatz von über 40 Milliarden im Jahr. Dazu kommen noch ein Haufen Trittbrettfahrer, Sekundärverdiener. Insgesamt gehe ich von einer ungefähr 100 Milliarden aus. Als Minimum. Aber die 40 Milliarden sind statistisch belegt. Da kann keiner was gegen sagen. Und das ist eine Menge Geld. Und dann eben die Aussage, der Staat hat einen Haufen Kosten damit. Das ist eine super Lüge. Erstens, den Staat gibt es nicht. Den Staat in dieser Form gibt es nicht. Genau. Es gibt Bund, Länder, Kreise und Kommunen. Und die Kommunen, die müssen halt für die Sozialleistungen aufkommen. Das gilt jetzt für Deutschland. In anderen Ländern ist es aber ähnlich. Also das kann man teilweise sogar übertragen nach anderen Ländern. Aber das ist in Deutschland so. Und die Kommunen, beziehungsweise Landkreise, die müssen halt dafür aufkommen. So, das sind 100 Milliarden oder sagen wir mal 40 Milliarden, sagen wir mal großzügig. Die verschwinden nicht. Die kommen nicht in den Mülleimer, sondern die kommen in den Wirtschaftskreislauf. Und diese Branche ist sehr personalintensiv. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Rückfluss an Lohn- und Einkommenssteuer. Und die wird nach einem bestimmten Schlüssel verteilt und der Löwenanteil kriegt der Bund. Der Bund macht Steuergewinne in Milliardenhöhe. Die verdienen dran und gewaltig. Die Kommunen, die kriegen noch ein paar Prozent davon, aber das ist nicht der Rede wert. Also kann man sagen, die Kommunen, die zahlen halt. Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Das ist auch eine Lüge. Die Kommunen müssen natürlich erst mal das Geld beschaffen. Das ist klar. Aber in dem Moment, wo ein Kind rausgenommen wird, geht dann der Staat, so mal Staat, dann nehmen wir den Begriff doch mal, geht der hin und sagt, die Eltern sind verantwortlich und die Eltern müssen dafür zahlen. So, den Eltern kann man aber nicht so viel wegnehmen, weil die haben nicht so viel Einnahmen. Dann schaut man, gibt es Vermögenswerte, die man konfiszieren kann. Jetzt nehmen wir an, es gibt auch keine Vermögenswerte. Dann schaut man bei den Großeltern nach. Gibt es irgendwelche Erbansprüche für das Kind oder die Eltern? Wenn ja, werden die gleich mal beschlagnahmt. Aber jetzt kommt das Interessante erst. Wenn nichts zu holen ist auf dieser Ebene, dann gehen die Schulden an das Kind über. Ja, das ist erschreckend, aber es ist so. Ich weiß bis jetzt nicht, ob es durchgesetzt worden ist, aber die Gesetzesgrundlage ist gegeben. Die Kinder, die werden dann, wenn sie dann Geld verdienen, dann kriegen sie eine Rechnung serviert. So, jetzt sagen wir mal, ein Kind ist gleich nach der Geburt, das ist ja modern heute, in Opport genommen und ist 18 Jahre in einem Heim. Dann hat es einen Umsatz gebracht von etwa einer Million. So, dann wisst ihr, was eure Kinderwerte sind, ja? Das sind sehr wertvolle Sachen, ja? Und das ist halt so, dass eben genau genommen zahlt die Kommune auch nicht. Gut, in einzelnen Fällen wird sie drauflegen, da wird ja nichts zu holen sein, aber normalerweise ist es so, dass die Kommune sich das Geld wiederholt. Also der Staat zahlt nichts. Das ist die Wahrheit. Aber es heißt immer, ja, das kostet den Staaten einen Haufen Geld. Also ich kann das schon nicht mehr hören. Kannst du mir glauben oder nicht, aber es ist so, ja? So, dann gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt, was wo auch die Regierung dran mitverdient und mitbeteiligt ist, das ist der Arbeitsmarkt. 1913 ist von den Jugendämtern eine Kampagne gestartet worden und durchgeführt worden auch unter dem Slogan Jugendamthilfe, die ankommt. Das war eine ziemliche Pressewirbel. Auch sie haben Besuch in den Schulen gemacht, um Kinder anzusprechen. Und in dieser, in der Pressemeldung dazu oder in der Pressemappe, die herausgegeben worden ist, da verweisen sie mit Stolz darauf, dass sie in nur vier Jahren eine Viertelmillion Arbeitsplätze geschaffen haben und dass keine andere Branche das geschafft hat. Es geht also um Arbeitsplätze. Und die Arbeitsmarktstatistik ist für die Regierung die wichtigste Statistik, weil die misst eigentlich die Qualität der Regierung. Das wird von der Bevölkerung so gesehen, das wird seit Jahrzehnten so beigebracht. Und deswegen sind sie so wichtig. So, hier haben wir die Amazon-Quoten da oben. Das ist eine Statistik, die ist von der Bundesagentur für Arbeit. Heute heißt sie Jobzentrum. Und das unten ist dann die Statistik und das ist die Statistik von gerichtlichen Maßnahmen nach der Inobhutnahme. Gerichtliche Maßnahmen beinhaltet Fremdunterbringung, aber auch andere Maßnahmen, wo die Branche daran verdient. Das ist also genau der Grasmesser von dem, wo die Branche verdient. Und wenn Sie die Statistiken vergleichen, dann können Sie sehen, in dem Maße, wo die Inobhutnahmen nach oben gehen, in dem gleichen Maße geht die Arbeitslosenstatistik runter. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, jetzt hat das leider mit dem Laser nicht funktioniert, die Arbeitslosenstatistik, die folgt mit einem Jahr Verspätung. Und das ist der klare Beweis, dass das eine Folge von der Unterstatistik ist. Genau, das ist also ein Punkt. Aber es gibt noch einen Großverdiener und das ist die EU. Die Europäische Gemeinschaft. Wenn die Schweiz an demnächst eintreten will, oder auch nicht, wie ich auch in den Vorträgen gehört habe, ist das auch für euch interessant. Und zwar ist es so, dass das Bruttosozialprodukt ist der Gradmesser für, wie viel die einzelnen Länder zahlen müssen an die EU. Und das wird natürlich durch den großen Umsatz hervorgebracht. Das heißt, es ist nicht nur ein deutsches Problem. Österreich hat ähnliche Situationen, andere europäische Länder auch. Und von jedem Land verdient die EU mit. Und deswegen funktioniert das auch nicht. Es gibt mittlerweile ungefähr 3.000, ich weiß die genauen Zahlen nicht. Letztes Jahr waren es 2,8.000 Petitionen, die an den Europarat gerichtet worden sind in dieser Angelegenheit, die unbeantwortet blieben. Da tut sich nichts. Wir können also keine Hilfe von den Seiten der Politikern erwarten, weil die schlachten ihre Goldesel nicht. Ja, es ist wie es ist. Ich würde lieber gern was anderes erzählen, aber das wäre nicht die Wahrheit. Und ich möchte euch wirklich die brutale Wahrheit zumuten. Es muss sein. Tut mir leid. So, dann, wer noch mitverdient, das sind die etablierten Großkirchen, die teilen sich den Markt praktisch untereinander auf. Also die evangelische Kirche, die Diakonie, die hat die größeren Batzen und kurz dahinter ist halt eben die katholische Einheit, also die Caritas. Und die evangelische Kirche hat 2014 die Hälfte ihrer Einnahmen aus diesen sozialen Leistungen bezogen. Also nicht nur von den Kindern, sondern auch Alterszahlen und so weiter. Aber die Hälfte ihrer Einnahmen davon. Und die Mitgliederzahlen, die gehen runter. Das heißt, die Austrittsquoten geht genauso in der gleichen Range wie eben die in der Putnamen. Das ist die Quittung, die sie bekommen, aber es lohnt sich trotzdem, weil, sagt man, eine Million ist immerhin was viel wert. Ich gehe einfach ganz, ich sage einfach die nackten Zahlen. Also das ist, wie es ist. Und dann gibt es einen anderen Gesichtspunkt, das sind eben diese Netzwerke, die mir halt eben so auf dem Magen liegen, wie Sie wahrscheinlich schon mitgekriegt haben. Diese Netzwerke sind einfach, wie gesagt, Spionageeinheiten. Und 2005 beziehungsweise 2006 ist ein Projekt in Rheinland-Pfalz gestartet worden. Und dieses Pilotprojekt, da ging es halt einfach darum, dass eben die Koordination zwischen der Erwachsenenpsychiatrie und der Jugendhilfebranche hergestellt wird. Und das hat auch ziemliche Folgen gehabt. Und Sie haben eine schöne Karte, die habe ich da irgendwie zusammengebastelt. Diese Kreise, die sind 15 Kilometer um Psychiatriezentren. Und wir haben eben zwischen den Jahren 2005, das war das Jahr vor diesem Projekt, und 2008, das war so zwei Jahre später, ich habe zufälligweise diese beiden Statistiken in die Finger gekriegt, weil normalerweise kriegt man über einzelne Jugendämter nichts, das ist ein Problem. Aber hier habe ich glücklicherweise die gekriegt. Und dann habe ich auch zusammengestellt. Und wir haben hier, das ist heute die Nummer eins, das ist der Landkreis Alzheimer-Worms, da haben wir einen Zuwachs von 2.400 Prozent. Das muss man sich vorstellen, 2.000, das ist also praktisch 24 Mal so viel. Und das ist eine gewaltige Menge. Und das innerhalb der Zeit, und das kann man dann sehen, also ähnlich, das sind dann die schlimmsten sozusagen. Und 75 Prozent der 2008 in Obhut genommene Kinder in Rheinland-Pfalz sind eben im Umkreis von 50 Kilometer von diesen Zentren. Und das ist eben die Grundlage dieses Projekts, war die Grundlage für die Etablierung von den Netzwerken frieher Hilfe. Und da gibt es noch etwas, was dahinter ist, das man auch wissen sollte, und das ist ein anderes Projekt, und das Projekt nennt sich Kinder psychisch kranker Eltern. Das heißt, wenn die Eltern psychisch krank sind, dann nimmt man an, dass die Kinder dann eventuell auch psychisch krank sein können. Für meinen Geschmack ist das eine Wiederaufleben der alten Vererbungslehre. Kann ich aber nicht anhand von Dokumenten beweisen. Also es ist meine Meinung, nehmt das bitte als meine Meinung. Alles andere kann ich belegen. Aber das kann ich eben nicht beweisen, aber ich bin überzeugt davon. Weil es macht anders keinen Sinn. Und das ist eben genau das Problem, was wir damit haben. So, jetzt kommen wir mal zu den Vorgehensweisen. Wie geht halt eine solche in Obhutnahme eigentlich vonstatten? Es ist sehr einfach. Normalerweise kommt eine sogenannte Gefährdungsmeldung. Das kann auch ein anonymer Anruf sein. Und dann kommt das Jugendamt und meldet sich an für einen Hausbesuch. Und bei diesem Hausbesuch, da werden da schon die meisten Fehler gemacht von den Eltern. Und danach, der nächste Schritt ist dann eben, dass die Kinder dann mit Polizeigewalt aus dem Kindergarten oder der Schule herausgenommen werden. Die werden richtig verschleppt mit entsprechenden Folgen, psychischen Folgen für die Kinder. Den Kindern wird praktisch alles weggenommen. Die Eltern, die Verwandten, die Familie, Freunde, alles. Und die Kinder werden dann normalerweise für Wochen, manchmal sogar für Monate vor den Eltern versteckt. Die Eltern wissen manchmal drei Monate nicht, wo ihre Kinder sind. Und das Nächste ist dann eben, dass es dann vor das Gericht geht und dann kommt eine Anhörung beim Gericht. Bei dieser Anhörung wird dann festgelegt, wie viel die Eltern ihre Kinder sehen dürfen. In der Regel sind das alle zwei Wochen oder alle vier Wochen eine Stunde. Das ist der Durchschnitt. Das ist verdammt wenig. Ist das, was sie so. Und dann kommt, haben sie nämlich, dann kommen zusätzlich diese Besuchskontakte. Das sind dann eben Besuche, das sogenannte begleitete Umgänge. Das heißt, da ist eine Begleitperson dabei, also jemand, der aufpasst. Das macht aber keinen Sinn bei Eltern, die Kinder nie was getan haben. Trotzdem ist es obligatorisch. Und wenn ich sowas sehe, dann klopft die Leute bei mir natürlich die Alarmglocken. So, es gibt aber eine logische Erklärung dafür. Man muss auch ein bisschen juristische Hintergründe sich leider aneignen. Es ist nicht zu ändern, das wäre das Thema. Es ist halt so, dass die Gerichte, Entschuldigung, die Jugendämter, haben keinerlei Beweise. Sie haben nur diese anonyme Aussage. Und das reicht nicht, um das Gericht davon zu überzeugen, dass man das Kind dauerhaft herausnehmen kann. Also braucht man Beweise. Und die werden geschaffen. Diese Begleitpersonen schreiben Berichte. Die Berichte werden mit anderen Berichten verglichen oder abgestimmt. Und dann geht das vor Gericht. Und das Gericht sagt dann, ja, das ist so, da liegt eine Gefährdung vor. Aber ich bin nicht kompetent, ich bin nur Jurist, ich brauche einen Gutachter. Und der Gutachter nimmt dann die getürkten Berichte und macht da ein Gutachten draus. Und diese Gutachten sind laut Experten Einschätzungen, gibt da verschiedene, unterschiedliche Zahlen, aber der Durchschnitt liegt etwa bei 85 Prozent, sind nicht tauglich für Wahrheitsgefindung beim Gericht. Trotzdem werden sie immer gemacht und sie werden auch genauso behandelt, als wenn es die Wahrheit wäre. Und diese Sachen kommen natürlich dann in die Akten und die werden aufbewahrt und dann kommt es halt eben vor, dass eben Kinder in der zweiten oder dritten Generation auch herausgenommen werden. Wir haben Fälle, wo es schon die dritte Generation ist. Also ein Kind wird weggenommen, eine junge Frau, in dem Fall sind das die Mädchen, die es trefft, ja, eine junge Frau wird herausgeholt als Kind, wird dann selber schwanger, das Junge dann erfährt davon, dann wird das Kind wahrscheinlich gleich schon nach der Geburt halt weggenommen. Und manchmal, wenn die Großmutter macht, die Mutter und das Kind auch, dann ist es die dritte Generation. Es gibt schon eine dritte Generation. Das ist einfach, es ist eine Katastrophe. Gut, aber es ist, wie es ist und dieses funktioniert natürlich nur, wenn halt sehr intensiv halt die Daten ausgetauscht werden. Um die Berichte aufeinander abzustimmen, muss man miteinander reden. Das heißt, wer einen Bericht schreibt, bekommt die alten Gerichte erst einmal zu lesen. Das können wir anhand von Akteneinsichten, können das nachvollziehen, dass es so der Fall war. Also das ist nicht erfunden. Und das funktioniert nur, wenn eben ein reger Austausch ist. Und dieser Austausch ist nur möglich, wenn halt eben das Jugendamt eine sogenannte Schweigepflichtentbindung bekommt. Und diese Schweigepflichtentbindung, das sind dann Vorträge, also Vordrucke, und die sind 99 Prozent unbrauchbar. Sie entsprechen nicht nicht den gesetzlichen Vorschriften, sagen wir so. Aber sie haben den Nachteil, normalerweise, dass das Jugendamt das Recht hat, von jedem Beliebigen die Daten zu nehmen und an jedem Beliebigen weiterzugeben. Und im Zusammenhang mit dem Netzwerk Frühe Hilfe, also diesem Spionagenetz, werden die Daten einfach gesammelt, auch über Generationen. Und dafür habe ich auch einen Beweis gefunden, dass das tatsächlich so beabsichtigt ist. Und zwar gibt das Jugendamt von Koblenz für Rheinland-Pfalz einen Vortrug als Vorschlag. Und da heißt es dann, diese Schweigepflichtentbindung kann jederzeit widerrufen werden, Klammer auf, aufpassen, andernfalls gilt es über meinen Tod hinaus. Es überlassen es jetzt Ihnen, wozu das Jugendamt Sie wohl braucht. Das müssen Sie selber überlegen, das sage ich jetzt nicht. Also für mich ist es klar, das hat damit zu tun, dass wir einfach definitiv halt auch die nächste Generation die Daten zur Verfügung haben wollen. Alles andere macht keinen Sinn. Das schlägt sich dann auch in den Statistiken nieder. Und zwar haben wir hier eine andere Statistik. Jetzt bitte nicht geschockt sein. Nehmen wir erstmal die rechte Statistik. Das haben wir die beiden bunten Säulen. Das ist 2014 und 2015. Seit 2014 werden diese Zahlen statistisch ausgewiesen. Vorher gab es diese nicht. Das sind die weißen Säulen. Das sind also praktisch die Hochrechnungen von den Jahren davor. Damit ab 10 die Folge da ist. Damit es vergleichbar ist. Und wir haben von 14 auf 15 einen Zuwachs von 42 Prozent. Das sind Kinder, die aus nach der Geburt beziehungsweise aus dem Krankenhaus heraus in Obhut genommen worden sind. Das ist das, was wir den Babyklau nennen. Das ist eine speziellere Form vom Kinderklau. Diese harten Worte tun mir leid, aber ich muss sie verwenden. Hier haben wir eine andere Statistik. Das sind Kinder unter drei Jahren. Da sind dann auch Kinder dabei, die eben nicht gleich nach der Geburt, aber drei, vier Monate später dann herausgenommen werden. Aber wenn ich die beiden Statistiken ansehe, dann ist ganz klar, es geht definitiv der Trend dahin, dass man die Kinder möglichst früh halt in Obhut nimmt. Jetzt gibt es, kommt die Frage, wann beginnt denn das Jugendamt mit der Datensammlerei? Das beginnt so zwei bis drei Monate vor der Geburt. Es gibt eine Einrichtung, die nennt sich Babylotsen. Gibt es auch unter anderem Namen bei anderen verschiedenen Bundesländern. Und diese Babylotsen, die besuchen, die werden den Müttern und quetschen sie aus. Da sind Fragebogen, da werden Fragen gestellt und da sind auch Fragen dabei, zum Beispiel über die Einkommensverhältnisse. Eine Frage ist auch zum Beispiel über den Bildungsstand der Mutter. Einen schlechten Bildungsstand der Mutter ist ein Grund für der Annahme einer Kindeswohlgefährdung. Gibt es mehrere Schriften darüber, wo das so gesagt wird. Also wer schlechte Bildung hat, hat schlechte Karten. Also ich kenne Leute, die haben eine sehr schlechte Bildung, die haben nicht einmal einen Förderschulabschluss und die sind hervorragende Eltern. Das hat auch nichts mit Bildung zu tun, aber das wird einfach als Ausrede genommen und wer in der Schiene drin ist, der hat Pech gehabt. Und das ist leider, und das ist eben eine Nachwirkung oder eine Folge von diesem Netzwerken. Also ich schreibe das eindeutig den Netzwerken vor. Und damit eigentlich auch der Frau Merkel, weil das geht auf sie zurück. So leid es mir tut, aber es ist einfach, ja, bis ist. So, also wir haben jetzt gesehen, wie diese vonstatten gehen und ich möchte jetzt auch mal etwas Positiveres bringen. Ich will natürlich hier fertig machen. Wenn man das so sieht, dann hat man den Eindruck, man kann ja eigentlich gar nichts dagegen machen. Und das ist auch das, was sehr oft dann, wenn die Leute sich dann an uns wenden, dass wir dann hören, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kann nichts mehr machen, man kann nichts machen, der Anwalt schafft es nicht und so weiter. Aber man kann was dagegen machen. Man kann definitiv was dagegen machen. Und man sollte auch was dagegen tun. So, genau. Wir haben von unserem Verein diese Checklisten herausgebracht. Diese Checklisten sind einfach eine, ja, die Auswertung von den Fällen, die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Und wir haben diese dann auch gleich getestet. Wir sind dann selber hingegangen und haben die einzelnen Schritte dann mit den Mitgliedern durchgeführt. Da haben wir uns ein paar Fälle rausgesucht, bei uns aus der Nähe. Und die haben wir dann durchgeführt. Und da möchte ich euch mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich war also zusammen auch mit den damaligen zweiten Vorsitzenden, wir haben das zusammen gemacht, waren wir bei einem Hausbesuch dabei. Das Jugendamt macht ein Hausbesuch. Wir haben das dann als Beistand, da haben wir uns dann entsprechend, die Papiere halt eben dann entsprechend geklärt und waren als Beistand zugegen. Es kam nur eine Person vom Jugendamt, was ungewöhnlich ist, normalerweise kommen die immer zu zweit. Aber es war nur eine Person und dem Vater wurde eben vorgeworfen, dass also Gewalt in der Familie war und aufgrund einer Gefährdungsmeldung. Die Dame war natürlich nicht bereit, uns die Gefährdungsmeldung zu zeigen. Und dann haben wir dann gesagt, gut, sagt uns genau, was Sache ist und dann gucken wir, was wir an Hilfe brauchen. Aber zusätzlich hat die Tochter darum gebeten, sie hat gebeten, wurde bemerkt, sie hat darum gebeten, dass sie in eine andere Schule kam, weil sie in der Schule gebobbt wurde. Sie war eine Muslimin und sie ist eine Muslimin und war deswegen gemobbt worden. Das Jugendamt hat dem auch zugestimmt, sie hat dann gewechselt und sie hat auch darum gebeten, dass sie Nachhilfe bekommt. Das war die einzige Chance, dass sie überhaupt den Abschluss schafft. So, das war dann soweit fein und dann kam der Bericht ans Gericht und da stand dann erstmal oben als Einleitung, wer alles da anwesend war und da stand dann schon mal die, also Anführungszeichen, die Vertreter des Jugendamts, also plural. Wo es nur eine Person war. Dann stand da drin definitiv, weder die Tochter noch der Vater waren bereit, irgendwelche Hilfen anzunehmen. Und das, obwohl die Tochter darum gebeten hatte. So, das war dann so ans Gericht gegangen. Dann habe ich gesagt, okay Leute, so geht es aber nicht. Dann habe ich, also ich und die zweite Vorsitzende, wir haben unabhängig voneinander, Zeugenaussagen, also staatlich, eigentlich staatlich beschädigte Zeugenaussagen ans Gericht geschickt, wo wir das klargestellt haben. Die Folge davon war, dass das Gericht dann entschieden hat, dass es keinen Grund gibt, das Kind rauszuholen und damit auch nicht die anderen Kinder der Familie. Es waren insgesamt vier Kinder, die von Betroffenen waren, obwohl es hier um die älteste Tochter ging. Damit hat man schon mal die Kinder sozusagen aus der Schusslinie raus und dann zwei Monate später haben wir dann die zweite Person, die das Schemen hat, auch nicht mehr lokalisieren können im Jugendamt. Die war irgendwie spurlos verschwunden. Entweder ist sie gegangen oder man hat sie in Sicherheit gebracht. Keine Ahnung, das hat uns auch nicht wirklich interessiert. Und dann ist etwas Merkwürdiges passiert. Der Anwalt, der Familie, hat dann mir eine Mail geschickt, was mir einfallen würde, das Jugendamt zu beschuldigen. Das muss man sich vorstellen, der Anwalt, der Anwalt vom Vater, der ja eigentlich dafür machen sollte. Und dann hat er den Vater noch gedroht, also entweder sie arbeitet mit denen zusammen, mit unserem Verein gemeint hat, oder mit mir. Und der Vater hat sich dann einen anderen Anwalt gesucht. Und der hat es dann hingekriegt. Das Kind ist also gerettet. Also man kann was machen. Warum haben wir das geschafft, mit diesem einfachen Trick die Kinder zu retten? Weil wir wussten, was das Jugendamt damit vorhatte. Und wir wussten, was wir dagegen tun können. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss wissen, was abgeht. Und das ist auch meine Intention, also meine Absicht. Entschuldigung, manchmal rutsche ich mein englisches Wort dazwischen. Meine Absicht, was ich hier den Leuten mitteilen möchte, man kann was tun. Man muss den Mut haben, man muss frech sein, manchmal auch diplomatisch, also frech sein allein hilft auch nicht. Man muss halt schauen, wo ist Diplomatie angebracht und wo ist Kampf angebracht. Und wenn man das gut macht, dann kann man sehr viel machen. Wir haben noch ein Werkzeug, diese Checklisten, die kann man auch kostenlos von unserer Seite runterladen, weil wir möchten einfach, dass die Leute die haben. Da will ich nichts dran verdienen, möchte einfach die Leute sollen das wissen. Wir haben noch ein anderes Werkzeug, was auch sehr effektiv ist und das ist eben dieser kostenlose E-Book, das kann man ebenfalls runterladen von unserer Seite und da geht es also um das Thema Beschwerden. So muss ich vorweg schicken, es gibt zwei Arten von Beschwerden. Es gibt einmal die Beschwerde gegen eine amtliche Entscheidung, das ist eine juristische Beschwerde und dann gibt es eine Beschwerde wegen dem Fehlverhalten von Jugendamt Mitarbeiter oder von Beamten. Das ist eine Dienstaufsichts Beschwerde, die darf man nicht durcheinander bringen, sonst funktioniert das nicht. Und die Dienstaufsichts Beschwerde, die ist formlos, fristlos und die Juristen sagen, sie ist auch fruchtlos, was aber die Lüge ist. Das kommt eben daher, wenn man eine Beschwerde schreibt, ich schreibe eine Beschwerde über einen Mitarbeiter vom Jugendamt. Die Beschwerde geht an seinen Chef und der Chef antwortet dann, aus dem und dem Grunde ist die Beschwerde zurückzuweisen. Die Antwort kriegen sie immer. Das wissen sie schon vorher, die kommt. Manchmal kommt es vor, dass der Missstand abgestellt wird, aber eben nicht immer. Wenn aber die Beschwerde nicht bearbeitet wurde und der Missstand nicht beendet worden ist, dann gibt es eine Beschwerde an den Chef von dem Jugendamt Leiter und das ist der Landrat oder der Oberbürgerreister und dann die Beschwerde lautet aber nicht auf den Mitarbeiter von unten sondern auf den Chef weil der seinen Job nicht gemacht hat. Ich habe den Unterschied verstanden. Genau. Macht er den gleichen Blödsinn dann kriegt sein Chef eine Beschwerde über ihn weil er die Rechtsaufsicht nicht gemacht hat. Wir haben ein paar Schwerden selber vom Verein aus auf den Linien gebracht. Wir haben auch Mitglieder die es unter eigenem Namen gemacht hat. Die meisten enden eigentlich bei der Bezirksregierung. Das ist die übergeordnete Stelle über dem Kreis. Weil die verlangen dann eben von dem Landrat genau sagt was Sache ist. Und da wird der Milchstatt in der Regel abgeschafft. Und wenn der Milchstatt abgeschafft ist, dann hören wir auf mit Beschwerden. Wir wollen ja keinen Stump machen. Wir haben aber auch schon welche durchgebracht bis ganz nach oben. Also bis Landesparlament. Und der Petitionsausschuss sich dann anschaut. Da kann ich auch ein Beispiel geben. Das war vom letzten Jahr. Da hat eine Familie vor vier Jahren verzweifelt versucht Akteneinsicht zu bekommen. Zwei Anwälte haben das nicht geschafft. Und jetzt ist das Junge wieder auf die Familie zugekommen. Jetzt war es die jüngere Tochter wo es Probleme gab. Und da hat die Mutter sich an uns gewendet und hat gesagt okay dann machen wir einen neuen Antrag. Dann habe ich den Antrag gestellt also eben Namen unseres Verein aber vom Verein aus und gesagt wir wollten die Akteneinsicht haben inklusive der früheren Akten weil da habe ich davon ausgegangen da ist die Wahrheit drin und habe dann auch gleich angekündigt dass ich als Beistand zugegen sein werde dann kam die große Überraschung die Mutter hat dann diesen Antrag abgegeben zusammen mit dem Antrag auf Beistandschaft also meine Bestätigung also die Bestätigung von der Mutter dass ich Beistand sein darf und dann hat er meinen Namen gelesen und dann hat er gesagt der kommt mir nicht ins Haus ich war zuerst mal ein bisschen säuerlich war ich schon und dann habe ich gedacht okay was ist ein Grund da können wir uns immer wieder beschweren dann habe ich eine Beschwerde gemacht also wegen dem Faktum und weil eben die Akteneinsicht nicht gewährt wurde der Landrat hat nicht geantwortet wegen der Bezirksregierung dann kam von einigen Wochen später kam von der Bezirksregierung ein Schreiben sie hätten jetzt vom Landrat eine Stellungnahme angefordert und wenn die da wäre dann würden sie mir die schicken zwei Wochen später habe ich dann vom Jugendamt eine Antwort gekriegt selbstverständlich kann die Familie Akteneinsicht bekommen und sie kann auch mitnehmen wenn sie will vier Jahre war nicht möglich jetzt hat es gut funktioniert ein toller Erfolg waren wir sehr froh drüber leider funktioniert es nicht immer ich kann nicht garantieren dass es immer funktioniert wir haben eine andere parallel dazu da ist das bis zum Landeskrieg gegangen das ist Niedersachsen da haben wir die Akten nicht bekommen aber in der Stellungnahme vom Jugendamt da sind Sachen genannt worden die wir vorher nicht wussten weil wir nicht in die Akten reinschauen konnten die der Anwalt jetzt nehmen kann um die Akten durchzusetzen das heißt wir werden auch da die Akten kriegen aber es dauert ein bisschen das ist leider ein Problem das alles sehr lange dauert aber man hat die Chance wenn man diese Sachen mag dann erhöhen sie einfach die Chancen aber es gibt leider keine Garantie ein anderes Beispiel das war aus der Anfangszeit da haben wir auch eine Beschwerde geschrieben da hat das Jugendamt die Akten nur halb ans Gericht weiter geleitet da haben Teile gefehlt und wenn das Jugendamt nicht weiterleitet dann sind immer Sachen die wichtig sind die nach dem Gesichtspunkt des Jugendamts natürlich nicht wichtig sind weil die für die Eltern sprechen und nicht für sie deswegen lassen die weg und das haben wir feststellen können und dann haben wir eine Beschwerde gemacht und dann hat das Jugendamt die Akten nachgeliefert Akten die wir aber nicht kannten die wir vorgenommen haben gar nicht drin waren die hatten es vorenthalten und da war ein Dokument drin und da habe ich gesagt das ist ja perfekt was sie da geliefert haben und zwar war es so dass das Gericht hat entschieden der Junge muss ins Heim und hat der Junge gesagt dann bringe ich mich um und wenn Selbstmord Gefahr ist kommen die natürlich sofort in Kinderpsychiatrie haben sie auch gemacht und dann hat sie herausgestellt die Einweisung hat aber die Gutachterin geschrieben und die ist nur eine Psychologin und in Deutschland darf nur ein Psychiater eine solche Einweisung verfügen und die Richterin hat das akzeptiert und da haben wir natürlich keine Beschwerde geschrieben sondern Strafanzeige und dann habe sich herausgestellt gegen die Gutachterin lagen bereits vier Strafanzeigen vor auf reagiert und jetzt das war das fast zum Überlaufen gebracht sozusagen und jetzt hat sie reagiert und sie ist dann vor Gericht gestellt worden ist auch bestraft worden allerdings die Geldstrafe war ein Witz aber sie ist bestraft worden die Richterin leider nicht da war das Argument ja sie kennt die schon seit Jahren und sie hat es nicht mehr nötig jetzt ihre Qualifikation nochmal zu prüfen deswegen durfte sie das akzeptieren also ich finde das nicht sehr gut aber es ist so und das ist auch das ist das andere Problem es ist sehr schwer mit der Anzeige durch zu kommen trotzdem empfehle ich Leute macht Anzeigen vielleicht ist es genau die die noch fehlt das ist das Tüpfelchen was fehlt also gibt das Tüpfelchen ja es gibt hier einen zweiten Gesichtspunkt natürlich wollen wir den Leuten helfen dass sie ihre Kinder zurück kriegen aber es sind ja nicht nur ihre Kinder sind auch andere Kinder und uns ist daran gelegen dass eben möglichst alle Kinder zurück kommen und wenn es auch in Ihren Fall jetzt nichts bringt wenn Sie jetzt eine Anzeige machen oder Beschwerde vielleicht bringt es dann in einem anderen Fall dann auch etwas weil es sich einfach ansammelt und deswegen auch mein Appell denken Sie nicht nur an sich und ihre Kinder denken Sie auch an die anderen Kinder ja genau das ist das was ich Ihnen eigentlich mitteilen wollte ich wollte Sie nicht erschrecken mit den anfänglichen Daten aber es war notwendig denke ich die mal bekannt zu geben es gibt auch unmögliche schweilereien die da passieren das wollte ich gar nicht zumuten wenn ihr das wissen wollt schaut ins Internet rein da gibt es genügend Fallbeispiele aber das ist halt nicht unser Ding weil wir wollen ja differenzieren und das können wir nicht wenn wir nur drauf hauen es gibt anständige Leute auch bei den Jugendämtern das ist so es ist zwar schwer manchmal die zu finden es ist auch so dass die Sachbearbeiter die haben ja auch nicht viel zu sagen wenn eine Akten nicht genehmigt wird dann ist es nicht der Sachbearbeiter weil der wird gar nicht gefragt und wenn der nicht will dass man in die Akte reinschaut glauben sie mir er hat einen Grund dafür wir haben tatsächlich mal die Akte gekriegt haben es lohnt sich es lohnt sich zu kämpfen und das wollte ich euch mitgeben und ja danke fürs zuhören ganz herzlichen dank für diese ausführungen danke dass Sie da waren sehr leicht mitgekommen erschreckend ist es ich würde eine Frage gerne stellen und das betrifft gerade den letzten Punkt mit der mit der Strafanzeige ich weiß aus anderen Fällen dass es hier Unterschiede gibt mir wurde einmal empfohlen in einer Sache Strafanzeige zu machen ich kann das jetzt aber nicht mehr frei erklären wie das ging der Unterschied war jedenfalls hätte mich nicht unser Anwalt unser Rechtsdienst im rechten Moment gewarnt wäre mich das ungefähr auf 150.000 Franken gekommen aber die andere Form es war nur eine Form Sache wie die Strafanzeige gemacht wird das ging dann fast gratis kennen können Sie so einen Unterschied bemennen oder es ist so man sollte möglichst mit dem Anwalt machen aber man kann es auch selber machen nur muss man dann eben bei Strafanzeigen muss man Fakten vorlegen bei einer Beschwerde da kann ich einfach sagen die Nase von dem Typen hat mir eine Beschwerde drüber schreiben aber bei einer Strafanzeige muss ich einen Beweis vorlegen und wir hatten ja einen ganz klaren Beweis und dann kann ich auch selber oder die Betroffene selber die Strafanzeige machen und die muss dann auch angeschaut werden dann gibt es aber noch was anderes das ist in Deutschland zwei Arten von Strafanzeigen das ist die normale Strafanzeige und dann gibt es eine Strafanzeige Strafanzeige mit Strafantrag da stellt man einen Antrag dass die Person bestraft wird und wenn man da was falsches rein macht dann gibt es ein Bumerang dann kommt der Bumerang dann habe ich eine falsche Behauptung gemacht ich wollte ja dass die Person bestraft wird und das ist eine selbst strafbare Handlung davon rate ich grundsätzlich ab weil das ist ein unnötiges Risiko und wenn die Schadabwaltschaft die nicht weiterleitet oder nicht bearbeitet für das Gericht dann tut sie sowieso nicht deswegen lehne ich das definitiv ab weil es ist einfach ein unnötiges Risiko aber eine normale Schraubanzeige wenn man Beweise hat wenn man keinen Beweise hat bringt es ja auch nichts da muss man Beweise haben wenn man natürlich einen Anwalt dazu bringen kann dass er das macht wunderbar dann hat das Problem dann habe ich das Problem vom Hals das ist das was ich auch den Mitgliedern empfehlen man muss einfach vorsichtig sein man darf nicht einfach nur drauf fahren man manche sagen hau drauf hau drauf ja schön hau drauf sage ich auch aber wenn es passt das ist einfach das was ich bedanke mich dass Sie mich eingeladen haben Danke dass Sie gekommen sind Danke ich bin froh vor so vielen Leuten das daran erzählen können gehört ja sonst auch keiner zu vielen Dank Danke Danke Dank Ja besonderen Dank auch dass Sie das ins Netz stellen auch eben nicht um Geschäfte zu machen sehr empfehlenswert diese Dinge auch zu bewegen wenn möglich die jungen Eltern bevor man mitten in so einem Fall drin ist man muss ja nicht gleich einen Doktor machen aber ich wollte gerade so ein Problem ansprechen es gibt heute noch genug Beiträge die zeigen warum viele Menschen gar kein Geld mehr hätten um einen Anwalt zur Seite zu ziehen schon das eine Stunde kostet ja oft 150 oder mehr Euros und darum es gibt sicher Leute die auch mitberaten können die Erfahrung haben dass man schaut dass man nicht irgendwo da reinläuft nicht dass dieser Tag zum endgültigen Ruin wird weil man denkt man kann sich wehren und dann läuft man noch mehr ins Messer also diese Hinweise waren alle sehr wichtig die wir jetzt gehört haben und man sieht es wieder man spricht wie sie gesagt haben von Frühwarnsystem dabei ist das richtigere Wort Spionagenetz da haben wir es wieder das war schon von Dr. Schlühr benannt dieser Kampf dieser Krieg der Worte genau so gewinnt man den Krieg wie schon erwähnt und da müssen wir dazulernen überall eigentlich brauchen wir eine neue Sprache man muss das übersetzen man muss das in klar Deutsch sagen lernen aber da haben sie uns geholfen und diesem Faden ziehen wir weiter und danke nochmal herzlich für diesen Hinweis